Ja hallo, hier ist der Biohof live vom Feld. Ich bin heute unterwegs und striegel meine Felder nochmal durch, weil ich festgestellt habe, dass die Wilde Wicke trotz der Trockenheit anfängt zu wachsen. Die Wilde Wicke ist für mich einer der größten Feinde im Bio-Betrieb, neben der Kamille. Dieses Feld, was ich jetzt gerade striegel, schaut teilweise aus, als hätte ich, man sieht hier den Striegel, schaut so aus, als hätte ich teilweise die Kamille angesät. Und man sieht vom ursprünglichen Getreide, in dem Fall ist es Dinkel, der Urweizen, der sogenannte Urweizen, der sehr beliebt ist, bei den Bäckern und bei der Bevölkerung, weil mittlerweile so viele Menschen allergischer sind. Und von daher ist das ein Produkt, was meistens ganz gut vermarktbar ist, aber die Qualität muss passen. Und bei dem Feld hier, wenn ich das so sehe, zeige ich euch gleich ein paar Bilder, dann hätte ich jetzt eigentlich große Lust heimzufahren, meine Scheibenegge anzuhängen und den Bestand rein umzubrechen, das heißt umzupflügen oder halt so, dass ich den Dreck in Anführungsstrichen nicht mehr sehe. Natürlich ist es toll für die Natur und für die Vögel und für die Bienen und alles, was sich da drin wohlfühlt. Aber ich mache nicht Bio-Landwirtschaft nur aus Leidenschaft, sondern eigentlich muss ich auch ein bisschen Geschäftsmann sein. Und wenn ich schon 30 bis 50 Prozent mehr für Saatgut Geld ausgeben muss und ernte dann bloß noch die Hälfte gegenüber einem konventionellen, dann brauche ich natürlich auch gewisse Einnahmen. Und diese Einnahmen sind nicht möglich, wenn ich solch einen Bestand habe. Hier sieht man eigentlich überhaupt kein Getreide mehr, nur noch Kamille. Warum? Weil es definitiv dieses Jahr wieder, das dritte Jahr in Folge, wieder zu wenig regnet. Und das Unkraut, vor allem die Kamille, mit so wenig Wasser zurechtkommt. Und der Striegel eigentlich nur Kosmetik ist. Mit einem Striegel bringt man die Kamille nicht mehr raus, sondern nur noch Flachwurzeln. Und für daher wollte ich mal so ein Video machen, damit auch ein Außenstehender sieht, dass Bio-Landwirtschaft kein Zuckerschlecken ist. Und der Bio-Landwirt gewisses mehr Geld für sein Getreide braucht, weil er 50% von der Andemmenge weniger hat wie ein konventioneller und teilweise das Saatgut auch noch wesentlich teurer ist. Und der Landwirt, der Bio-Landwirt, mehr vom Wetter abhängig ist als ein konventioneller Landwirt. Ich bin mittlerweile der Meinung, obwohl ich seit über 15 Jahren Bio-Betrieb bin, dass ein gut geführter konventioneller Betrieb der bessere Weg ist für die Zukunft und Bio-Landwirtschaft auf lange Sicht meiner Meinung nach keine Chance hat. Keine Chance. Und die Politik will ja genau das Gegenteil. Die will die andere Richtung haben. Die will alles ökologisch, die will alles biologisch haben. Man sieht ja dran, dass sie praxisfremd sind und ganz weit weg von der Realität. Und die Politiker sollen sich mal die Mühe machen und sich solche Felder live anschauen. Und die sollen mir mal erklären, wie man damit die Bevölkerung weltweit oder in Deutschland ernähren soll. Mir fällt dazu eigentlich nichts mehr. Aber ihr seht's, das sind die nackten Tatser. Und ja, das wollte ich hier mit mal euch zeigen. Danke für die Zeit. Man sieht sich. Danke. Ciao.